Munition, ja? Ja. Okay. Wirklich? Nur noch eine Munition, ja? Hm. Eine Munition. Ich find's schade, dass ich... Steig mal aus und drück mal den Knopf da. Der leuchtet cool. Warte. Ich steh schon auf der anderen Seite vom Tor. Yeah, ich hab's drauf. Ich hab den Knopf gedrückt. Ah, nee. Rücker zu selbst. Aber einen Dürbyschlein können wir mal machen, ey. Mach mich nicht tot hier. Okay, komm wieder hier. Ich hab was für dich. Wee. Ich kann so nicht fahren. Nein, nein, nein. Idioten. Geh dich doch noch runter. Rosa gewinnt. Wartet mal. Ich muss jetzt den... Wartet mal. Lass mal. Ich stacke, oh mein Gott. Flatsch. Ah, ich hab den falschen Auto. Flatsch. Midi Attack. Okay, weitermachen. Abgeschlossene Herausforderung. Flugzeit. Danke. Unser Messer haut schon ziemlich raus, muss ich sagen. Ziemlich rein, wollte ich sagen. Du kannst übrigens mehrfach hauen, ne? Du kannst da ein... Alter. Ich bin nur zurückgefahren. Ich bin nur zurückgefahren. Natürlich war das nicht beabsichtigt. Du hast mich natürlich hinter dir auch nicht gesehen. Ne, hab ich auch nicht. Ja. Äh, mach dir immer die beste Fahrt an den Kopf. Tschüss Auto. Wolltest du Munition kaufen, oder nicht? Ah, ja stimmt. Ach, hab Schmier-Level ab. Ich hab Schmier-Level ab. Ich hab Schmier-Netzes gemacht. Bin auch kurzer Frau wieder. Ja, ich auch. Ey, ich darf so viel Müll-Skillen, ey. Du ragedst aus dem Monster damit um und dann kriegst du die ganze EP. So sieht's aus. Ja, Mann. Na, einfach sterben sie an ihm oder Mann dort. Ich hasse dich dafür. Warte mal ab, wenn der hier seine ganzen Elementarsachen hat, dann geht der ab. Schaffe ist so. Das ist krass, wie viel Schaden hat er da. Der ist halt noch fast ein Level komplett über mir, wenn wir zurzeit spielen, ja. Ja, wir haben einen Waffenslot bekommen. Echt? Jo, es darf mir eine Waffe extra anziehen. Nice. Sekunde. Wo haben wir denn den Mist hier? Saber-Sniper will ich nicht. Ach, wir haben jetzt die zweite hier. Alter, mal auf hier rumzuschreien. Das kann ich auch irgendwie grad sagen. Ich steh neben euch. Ich geb mal hier ab. Ja, ist okay. Das ist so ein Blut, Junge. Ich kann da ja nix für. Ich muss halt mal schon meine Wut rauslassen. Ähm, da hinten stuck ein Typ an unserem Auto. Wer ist denn, an dem Liedern oder an dem Rosanen oder an dem? An den Schwarzen. Steig einfach ein und mach den Rückwärtsgang. Shit, der auch heilig. Tui. Hurra. So. Oh, hm. Mach mal nur. Wir nehmen die Quest hier an dem Board an. Und jetzt... Was war das jetzt? Blablabla. Ich hab's ändern. Könnt' ich abgeben. Wir machen jetzt... Warte mal kurz gucken. Erstmal hier dir. Wir müssen einfach nur mit dem Auto 10 Mobs überfahren. Ja. So. Ist recht einfach. Ich bin zu zweit relativ fix. Komm. Du willst mich bewegen. Soll dich ja in den mittleren Raumskillen? Boah. Schau dir's mal an, wie dieser dick... dieser riesige Typi da... dieser... übergewichtige Typ da drin hakt. Ich bin gleich da. Bin gleich da. Die Autos haben Liebe gemacht. Vor allem, wenn ich damit rumwackel, dann kannst du nichts machen. Alter, ich sacke da drauf. Komm nicht mal runter. Ja, Mann. Wahahaha. Waaaaah. Das! Ich hör's noch. Stopp. Scheiße,neue mein Amt-Gurm hingeschlagen. Ey, hört auf. Ja, ist okay jetzt. Ah loili. Woah, Sahle. It is okay jetzt. So, jetzt gut. Ja, jetzt ist gut. Ja, jetzt so jetzt ist es echt malän. So, jetzt ist es gut. Alter, das weiß keiner ab sich. Das war wirklich aus Versehen. Warte, war mal vorne. Wirklich? Ne, jetzt mal ernsthaft. Es war mir gegen mich geknallt, als er Speed drin hatte. Alter! Hab ich das gesehen? Im Straßenrennen. Ne, nicht hier runter, nicht hier runter. Die sind zu hoch, da geht unser Auto dran kaputt. Können wir umfahren? Ne, wenn du die umfährst und die sind zu hoch vom Level, dann kriegst du auch Schaden am Auto. Stell dich einfach auf. Oh, jetzt wird mein Auto kaputt gehen. Achtung. Oh Gott, lauft. Jetzt sind wir überfahren, oder? Warte mal. Hilf mir, bitte hilf. Doch, ich hab ihn kaputt gekriegt. Hilf mir. Alter! So, was soll ich denn tun? Nicht aufheben. Danke, Nico. Farm mich von ihm weg. Also, hier. Schneller! E, E! Alter, ich drück E! Drück schneller, Mann! Ich drück E! Oh mein Gott! Alter, ich hab ihn gedrückt! Das ist fucking nervös passiert! Ab nicht gehen, dann E gedrückt halten! Das hab ich gemacht, Mann! Da ist kein Balken gekommen! Warst du zu weit weg? Warst du dir ein Auto geholt, oder wo bist du jetzt rausgekommen? Ich bin wieder am Anfang rausgekommen. Schau mal jetzt dein Auto. Ja, aber die können wir eh abdrehen, oder? Jetzt haben wir noch die Quest Sledge mit Chap. Die machen wir jetzt mit Chap Senders getroffen. Das müsste doch dieser Typ hier sein, wo du grad bist, in der Nähe. Achso, ach, scheiße. Ja, warte, dann muss ich wieder rumdrehen. In der Richtung. Ja. Jetzt wieder mein rosa Mobil. Dein Batmobil, gell? Ne? Steig mal aus, Tom. Ne, ne, ne. Batman! Ah, ist schon abgegeben. Steig wieder ein. Okay. Okay. Ohhhh. Selfpawnt. Lol. Ja, guck mal was ich gemacht habe. Ich hab's wieder rumgedreht. Haha, das ist nice. Ich hab's auf Kamera, oder... Auf Bild. Keine Ahnung. Im Kasten. Nimm dein scheiß Auto und komm mit. Ey, ne, wir müssen ja noch mal einen von dem annehmen. Ja, der gibt auch noch was. Minentarschlüssel. Minentarschlüssel, genau. Warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die vom Level her sind. Nicht, dass wir irgendwie... Jo, diese mit Rugs und Turbine... Warte mal. Minentarschlüssel, die sind alle relativ Dings. Machen wir zuerst wie die Turbinen, würd ich sagen. Guck mal, ey Mann aus Stahl. Guck mal hier. Bleib mal stehen. Guck mal hier. Die Kugeln prallen einfach ab. Hahaha. Egal, lass weiter machen. Kann ich nochmal losfahren. Du bist wahrlich Batman. Ja. Ja, obwohl auch unserer sieht irgendwie mehr aus als Batmobil. vor allem das Blut vorne. Es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. Ich hätte wetten können. Das fährst du mir auch entgegen. Ich bin gar nicht gewandt. Wir haben uns gar nicht bewegt. Doch, du bist voll auf mich zugefahren. Du bist direkt auf mich zugefahren. Ich konnte nichts dagegen machen. Hahaha. Ich bin hier sogar mal durchgekommen, ohne irgendwo gegen zu knallen. Ich auch. Ich find's echt krass, das erste Mal im Leben. Hallo Typ. Wo war denn nochmal der Schlüssel? Ah ne, wir müssen hier die Turbulen, er tut nur Bienen. Wir müssen doch genau vor einer stehen. Aktivieren. Ach da, der ist oben. Warte mal. Ihr sollt ja nicht zu mir kommen, ihr sollt die Dinger anderen aktivieren. Ich such das ja gerade. Wo sind die anderen? Warte mal, das muss der eine sein, oder? Ja, da ist er. Der Tom wahrscheinlich das nicht auf die Reihe kriegt. Steige ich mal kurz aus, mach das mal kurz. Ja, ich schaff gar nichts. Du läufst, ja, ich weiß. Äh. Aufgabe erfüllt, hurra. Hurra, hurra. Was haben wir denn jetzt gemacht? Probien aktiviert. Guck mal, eure Hilfe. Die zerstören jemanden. Ach, die da oben, die drehen sich jetzt. Die zerstören mein Batmobile. Oder mein Power Ranger Megasort. Ich versuch dir zu helfen. Drehen sich schneller als jeder Döner spieß. Lauf, 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 weg hier. Guck mal. Weg hier. Drehen sich aber wirklich schneller als Döner spieße. Warte mal. Außer der einen hier. Wir hatten noch so eine Quest, oder? Da könnte man so einen Döner draufstecken, ne mit Brutze. Die Tagebuch-Quest können wir machen. Ja. Ne, die Raks töten. Mach mal zuerst. Och ne. Die sind hier vorne irgendwo. Ne, die sind hier hinten. Ja, vorne hinten meine ich doch. Hier sind die. Hier war irgendwo, wo der Spawnpunkt war. Ich hab jetzt überhaupt keine Ahnung. Über dir, über dir, über dir. Da, Vögel, töte, Vögel, töte, Vögel. Wo? Voll verzweifelt am Suchen. Uuuuuuuuuh. Ach, da. Irgendwie wo Spawn... So kann ich weiter nach oben ziehen. Die können wir doch mit dem MoQuest da... Ah, der hat keinen Sack. Äh, der MoQuest da. Alter! Ich treff sie nicht. Alter. Die spawnen an diesem Teil hier. Schnellensau. Oh mein Gott. An diesem kummigen Rücken, Loch, whatever. Die müssen aber eh erstmal ab... Kommt ruhig her, Mann. Kommt ruhig her. Kannst du irgendwas überfahren, wenn die auf dich zufahren. Ich zack doch sie einfach, weil ich cool wär'n. Erstmal kann ich lieber fahren. Stirb. Nice. Der, der war nice. Das macht erstmal ne Rolle. Sturberroll. Ich muss... Ich muss nur eintreffen und dann kriegen wir gleich wieder zwei Kills oder so. Ach, das war's. Ach, fertig. Alter. Lauf um dein Leben. Dötet ihn, los! Wieso? Wie kann ich das Power Render denn überhaupt sterben? Die gewinnen doch immer. Das ist eigentlich der Megasort. Da, da sind die dann der Ding da. Ja, genau. Wollte ich auch gerade sagen. Der fehlt auch dein komischer Verwandlungsteil. Ne, das ist wenn ich... Was war das? Ist ja gar nicht mit Absicht gewesen. Ach, du hast das gesehen, wie hoch viel geflogen sind. Hätt' ich das mit Nitro gemacht. Dann wären wir bis nach Istanbul geflogen. Und wieder zurück. Guck das meine Granaten. Komm jetzt mit. Ich kann nicht. Die Teile sind mich am Rammeln. Ja. Steig einfach auf. Kannst du auf das Auto einsteigen? Ja, du. Was sollst du da machen denn? Ist wieder so ne aufgeblasene Puppe. Warte, 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 warte. Sag mal hier aus. Die eine Quest war auch noch. Sag mal hier aus, Tom. Ah, okay. Ja, genau. Gib die mal ab bei dem Typen. Boah. Nein, nein. Idioten. Du solltest die Quest abgeben. Ich steig mir hier aus. Ich steig hier aus und ich seh nur, wie du losfährst. Er wird los. Wo kann ich denn die abgeben bei dem Typen hier? Bei dem hier genau musst du gucken. Jo, kann ich. So, beide abgegeben. Im Level Up, weil ich ja Level Up hatte. Der war gut. Bin ich auf dich zugefahren. Schreit der. Yeah. Schreit auf dich drauf, weißt du. Warte mal. Der. Ja, warte. Wir haben einen anderen. Aus dem Minentor-Schlüssel. Ach, das Auto, das IST dein komischer Roboter. Genau, das ist mein Megasor. Ein komischer Roboter. Die mit den, ähm, wir machen erstmal den Minentor-Schlüssel, weil dieser Tarko-Bruck kackt. Das sind nachher so Mobs Level 13 oder sowas und die töten uns sonst wieder qualvoll. Wie das immer passiert. Dann stehen wir da, dann sprengt unser Auto uns und dann sind wir da am liegen und kommen nicht mehr weg. Nein, nein, nein. Boah. Krach. Voll abgeglitscht. In die Wand. Der war krass, gell. Da war doch gar nichts, oder? Warte mal, der Minentor-Schlüssel ist doch hier unten. Wird der mir angezeigt. Ne, war der nicht im Lager da nebenan? Der wird mir hier unten angezeigt. Klatsch. Das war auch gerade leicht geglitscht. Ein bisschen. Ah, der ist in dem Haus drin. Ein kleines bisschen. Achso, ach, ne. Du weißt noch, wo der war. Alter. Letztes Mal nimm ich nicht mit dir. Raubt nie, raubt nie. Was ist der Tom, der da so auch durchspringt? Ich bin ausgestiegen, ich habe die Fische gezogen. Hast du das abgegeben bekommen? Das allerbeste war, wovon wir nur ein Auto hatten. Ja, nein, vielleicht. Und versucht haben, den einen einfach vor uns herzuschieben. Und wie es auch noch funktioniert hat. Ich glaube, das ist nur nicht zu viel Länge. Ich glaube mir jetzt, ich glaube mir jetzt ist es ein Megasort. Alter. Meiner. Mach das mein Megasort ab. Hör jetzt mir. Alter, das ist mein Megasort. Geh weg. Ne, jetzt sitz ich bei dir hier dran. Alter. Pass da kaum rein. Gib es mal an, Alter, wenn du oben drin sitzt. Ja. Ich musste das einfach auch mal machen. Toll. Ich drehe euch wieder um. Okay, das wurde irgendwie nix. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du Probleme mit sich drin. Guck mal, ich bin viel zu fett dafür. Ich quille an den Seiten schon raus. Siehste? Wie du auch noch recht hast. Sieht voll schlimm aus. Hast du Minenturschlüssel gefunden? Alter. Guck mal, wo du mich zum Stucken gebracht hast. Wo drauf? Alles deine Schuld. Soll ich dir helfen? Ja. Ja. Ich sitz auf S-Hand drauf. Ey, Alter, ich bin mal bei dir rein. In sein Auto geht's gleich kaputt. So, bist du jetzt wieder anstackt? Hast du schuldet, was du schirmelt? Warte. Bist jetzt dazwischenfest, oder? Yo. Flo, ditch uns mal raus. Ah, yes. Fahr, fahr, fahr schnell weg. In sein Tom's Auto geht gleich kaputt. Nein! Wie mach ich Booster E, oder? F. 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 Ich krieg euch noch. Das war knapp. Das war sehr knapp. Ich krieg euch noch. Fahr drauf, fahr drauf. Wir holen uns. Nein! Penner. Wo müssen wir denn hin? Ich glaub wir müssen jetzt zu Mount Marley, wenn ich mich nicht erinnere. Jetzt hier rechts rein in dieses... Ich hab keine Ahnung wohin das ist. Das müsst ihr ja wissen. Ja, ist okay. Warte mal. Hier kann ich nichts abgeben. Jo, nee. Wir müssen hier rein. Das ist schon richtig. Nein, nicht runter drängen. Nein! Dann... So will ich ein Derby win. Oh, scheiße. Fail würd ich ja nennen. Fail. Das musst du aber hinkriegen. Das so perfekt abzustellen. Das sag doch win und damit du dir sein eigenes Auto umdrehen. Ich hoffe mal, dass wir es jetzt schaffen vom Level her irgendwie. Normal, die werden es schaffen. Ja, nee. Die Pichel hier ist allgemein ziemlich hoch. Obwohl der Minter-Schlüssel wird für uns seit Level 10 gekennzeichnet. Das darf das... Eigentlich Spaß sein. Boah, ich kann ein Damage mit der Meatbox. Kaputt. Komma her. Oh Alter. Ein 13er. Oh Alter. Hilfe mir. Alter, wieso leuchten die so radioaktiv, die Tome? Alter, ich krieg die nicht kaputt. Helf mir mal dem Feuerding. Das ist ein knallhartes Feuerstags, ja. Das ist ein knallhartes Feuerstags, ja. Mit dem ist es nicht so Spaß, Jungs. Ja, ich bin ja schon mit so einem ausgewachsenen Skaga. Ich könnte mal Hilfe bekommen. Ich hab keine Chance, die hauen mich ja um. Oh Gott. Wie der rumbrüllt, ey, das sollte ich mir nicht so haben. Nein. Da sieht man immer den Unterschied zwischen, du spielst zu zweit Borderlands oder zu dritt. Die Dinger sind so abnormal stark. Obwohl die, eigentlich nur in 2D-Krieg-Level über uns sind. Wir sollten echt zusammenbleiben hier. Ich bleib einfach mal auf Abstand. Ich geh da nicht mehr hin, bin ich irre. Wir können mal grinden, AP-Farmen und so. Endlich mal ein uns gewachsenes Gebiet. Genau. Oh, ich bin tot. Wayne. Oh, meine geile Schott hier mit den Kugeln wie Macht. Ja, so übelsten Schaden, ey. Boah, hoah. Der hat nur noch voll wenig AP. Den kann ich einfach ein bisschen rauchen. Ich block und du schießt drauf an. Boah, dieser Feueratm von ihm. Du musst dem Feuertyp hier einfach in den Mund schießen. Dieser Feueratmung, Mann. Dieser Feueratmung, Mann. Nico, helf mir. Hat einer eh kaputtge... Oh. Nico, helf mir. Hat irgendwas geplatzt. Boah, ich... Drehst du dich gefälligst. Oh, mein Gott. Das ist eine Feueratmung. Kann ich doch übel sein. Nein, Mann. Ich lieg jetzt hinter dem Rohr. Irgendwie tut der Dark-Hell-Slayer grad auch schlecht.